Hallo ihr Lieben, 19.40 Uhr am schönen sonnigen Sonntagabend hier in Berlin. Nichtsdestotrotz, der Markt hat heute Nacht, beziehungsweise heute in den frühen Morgenstunden doch ordentlich reagiert. Ja, was ist passiert? Vielleicht eine kurze Aufarbeitung, dann eine Einschätzung, auch was den Gesamtmarkt angeht. Und dann schauen wir noch auf ein paar Wunschtitel von euch. Zunächst fangen wir eigentlich mal direkt mit Bitcoin an, logischerweise. Ja, was haben wir gesehen? Er hat eigentlich, ich meine, ich hatte ja auch, steht auch in meinen Analysen immer wieder, dass die 28.000 logischerweise key ist. Interessanterweise probiert er sich jetzt gerade darüber zu retten, mit dieser Kerze. Wir sind hier im Tagesschart, logischerweise. Und das sind eigentlich auch noch die Zeichnungen von der letzten Analyse, wo ich ja quasi gezeigt habe, die hier oben im Grunde genommen ist. Das Widerstandslevel hier unten ist das Supportlevel grob. Und ja, wir hatten bislang höhere Tiefs, die haben wir dann hier noch gleichwertig gehabt. Und dann bog er aber hier nach unten ab, nachdem er hier oben dann wieder nicht weiterkam im Bereich der 31.600. 31.400, 31.600. Ja, okay, Freitag, das war im Grunde genommen so, man hat gesehen, der Donnerstag war so eine Doji-Kerze. Also im Grunde genommen, ja, also höchst, also quasi Schlusskurs und Eröffnungskurs ziemlich nah beieinander. Mit ein bisschen Versuch nach oben, nach unten, so. Also sprich, die haben alle gewartet darauf, was passiert Freitag bei den Inflationszahlen in Amerika. Die kamen dann Freitag, die waren dann auch mal gar nicht so gut als Reaktion. Ich glaube, führen wir einfach mal diesen hier an. Ihr kennt ihn, ich hole ja eigentlich jede Woche raus, der Nasdaq-Chart. In diesem Fall, ich mache mal gerade in dem Tageschart. Damit man sieht, ja, diese Kerze, über die reden wir, die im Grunde genommen dann dafür sorgte, dass wir jetzt auch die Verlängerung quasi am Wochenende gesehen haben, mit so einem richtigen Auskotzen nach unten. Ich muss dir ja vorstellen, hier ist eine Kurslücke jetzt gerissen, die übrigens jetzt dann auch Montag, Dienstag, vor allem Dienstag relevant wird, ob die Dienstag geschlossen werden kann. Das ist dann hier so im Bereich 12, 250 Pi mal Daumen. Ich setze mir gerade selber schnell einen Alarm, bevor ich es vergesse. Aber man muss sich natürlich immer so vorstellen, dass das hier eigentlich die Kerze ist, diese komplette Strecke und nicht nur die rote, weil wir ja das Gap haben. Das Gap im Grunde genommen ist ja auch eine Verlängerung, als ob da jetzt eine rote, ein Stück von der roten Kerze noch wäre, oberhalb. Also sprich, ja gut dreieinhalb Prozent. Ja, die Zahlen waren beschissen. Also wir hatten, glaube ich, im Konsensus gedacht, um die 8,3 Prozent Inflation. Wäre alles, was drunter gewesen wäre, wäre im Grunde genommen so, okay, die FED, das geht in die richtige Richtung. Wir können jetzt ein bisschen entspannen, auch was die Zinserhöhung angeht. Gegenteilig ist der Fall. Wir haben jetzt 8,6 Prozent gesehen, die vermutlich auch noch höher ist, die das schon leicht schön gerechnet ist, vermutlich mal wieder. Jedenfalls 8,6 Prozent, da war dann klar, okay, am Mittwoch beim nächsten Zinsentscheid wird man sehen, ob denn wie viel wirklich gehiked wird, also erhöht wird. Vorstellbar ist mittlerweile sogar bei der Quote und dennoch eigentlich starken Arbeitsmarktdaten, das sind im Grunde genommen beide Probleme, jetzt sozusagen für die Börse, das hört sich immer verrückt an, aber momentan wird es so gespielt, dass gute Arbeitsmarktdaten bedeuten, die FED gibt kein Geld so leicht mehr, was der Junkie, was der Junkie-Markt halt braucht und gleichsam, ja, gibt die FED nochmal kein Geld, weil sie dem Markt Geld entziehen muss, wegen der Inflation und die Zinsen dann eventuell doch noch stärker erhöhen muss. So, der eine Robert Kaplan von der St. Louis FED hatte vor einer Weile gesagt, er kann sich auch ein Prozent mal direkt vorstellen in einem Hike. Wird man mal sehen, ob sie so weit wirklich gehen, aber zumindest sind die 0,75 Prozent jetzt definitiv wieder auf dem Tisch. Alle hatten so ein bisschen mit 0,5 Prozent gerechnet und das kam dann mal so gar nicht gut an, um das mal so kurz zu fassen. Das übertragen auch, bevor ich dann zurück zu Kryptos gehe, damit man auch mal eine Vorstellung hat, was so am Freitag eigentlich los war. Da war ich selber schon im Feiertag, äh, im Feiertag, sag ich schon im Feierabend, dann die letzten den am Abend dann tatsächlich. Das hier ist der Goldchart, ja, das ist der 30-Minuten-Chart, ich mach den einfach mal, ich kann mal ein bisschen geradüller, ich mach mal einen Stundenchart an. Ähm, das hier ist das Bereich des Wochentiefs gewesen. Das ist der Bereich des Wochenhochs gewesen. Sie haben wirklich, ähm, ja, in der ersten Reaktion der Daten, das war im Grunde genommen die Kerze hier, für 14 Uhr, also quasi 14.30 Uhr kamen die Daten, das war hier dann hoch runter und dann sah es erst so aus, okay, Gold, äh, weil der Dollar auch weiter stark war, äh, komme ich gleich noch zu, war Gold dann auch erstmal mit im Verkauf sozusagen, ähnlich wie die Indizes. Ja, dann kam halt hier wirklich der Turnaround, dann, ähm, im Grunde genommen als hier dann die Rückeroberung von diesem Bereich hier um 14.50 Uhr war, wo er dann direkt nochmal hochgeschossen ist, wirklich auch mit einem neuen, äh, Wochenhoch markiert hat, hier leicht, und aber wirklich auch wieder punktgenau Widerstände respektiert hat. Ähm, insofern sieht man nur, wie wild momentan alles ist, weil jetzt ist dann Gold wegen der Inflation dann doch wieder, Scarcity doch wieder wichtig. Ähm, ja, leider ist es bei Bitcoin, obwohl er auch diese Rarität, die Rarheit, äh, hat mit seinen 21 Millionen Stück, ist es halt dennoch im Risikobasket grob zu werten und, ähm, ja, sitzt quasi im gleichen Algorithmus wie irgendwelche Technologiewerte, die dann abverkauft wurden am Freitag. Und das sagen wir dann im Grunde genommen bei Bitcoin dann auch tatsächlich nicht so extrem am Freitag. Also die Kerze war jetzt in Häkchen schon nicht ohne High-to-Low, das waren, äh, ja, 5%. Das ist jetzt, ähm, nichts Weltbewegendes, sag ich mal. Das ist, ähm, 1.600, das ist also völlig inline. Das ist jetzt nicht mega übertrieben sozusagen gewesen, wenn man sieht, dass die auch gerade am Tag davor wurden, in der Sack auch schon schwach war, also eher herunter tendierte. Bitcoin sich auch noch halbwegs vernünftig halten konnte. Ähm, kann man eigentlich froh sein zumindest, oder beziehungsweise wir sehen wahrscheinlich das, was am Freitag dann nicht durchgedrückt wurde, weil sich auf andere Märkte konzentriert wurde, ist halt das, was jetzt hier nachgeholt wurde. Ähm, positiverweise muss man auch immer mal wieder sagen, wie effizient und genau sie gearbeitet haben, das sehen wir auch gleich sogar bei vielen Altcoins. Ähm, und dass sie jetzt auf Tagesbasis, sollte die Kerze so bleiben, optimalerweise über 28.000, diesen Key-Support dann doch wieder schließen, also sprich, es wäre dann ein starkes Intraday-Reversal. Ähm, sieht man auch gleich in den kürzeren Zeiteinheiten. Ähm, dass man, ja, ausgehend davon dann wieder in Richtung 28.8 und dann geht es eigentlich, ihr seht es ja so, sprich, 30 wird dann wieder wichtig und dann, aber sehen wir gleich in den kürzeren Zeiteinheiten, dafür hat man sie ja. Ähm, in jedem Fall Gold, äh, dann doch wegen der Inflammationsproblematik. Ähm, gut, Öl insgesamt weiter teuer, das sehen wir ja mittlerweile alle, also sprich, unsere tolle Geschenk von der Bundesregierung wurde ja schon wieder aufgefressen durch die Preise oder erhöhten Produktionskosten und Einkaufskosten. Ähm, jetzt noch als letztes der DXY, also sprich, der Währungskorb gegen den US-Dollar, also quasi um die US-Stärke des US-Dollars zu bestimmen, hat tatsächlich sogar ein bisschen, wurde meine Long-Position hier nicht abgeholt, ich hatte mich hier, hier in dem Bereich bei 101 irgendwie, wollte ich mich hinsetzen und gucken, dass ich eine Position aufmache. Ja, der ist dann etwas früher gedreht und, ja, schießt aktuell wieder nach oben in Richtung seines, äh, Jahreshochs oder Mehrjahreshochs sogar. Ähm, muss man mal sehen, ob er dann da wirklich dann diesmal durchgeht und, ähm, weiterläuft, was natürlich problematisch ist, also was verständlich ist, dass das passiert, sollte jetzt wirklich die FED noch stärker hiken, also noch stärker die Zinsen erhöhen, als, ähm, ohnehin der Markt jetzt schon antizipieren musste, mehr oder weniger, ähm, wird man sehen, übergeordnet, ja, habe ich weiterhin Ziel eigentlich viel weiter oben. Das ist natürlich dann eher auf, weiß ich nicht, in den nächsten zwölf Monate oder so gerechnet, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir ja in kürzerer Zeit zumindest vielleicht nicht gern 110er-Bereich laufen könnten. Müssen wir mal sehen, wie sich das so, wie das sich so verhält. So, ähm, bevor wir zu Kryptos weitergehen, weil jemand fragt, da habe ich noch ein, zwei Technologie-Aktien mal angucken kann und das ja ohnehin, äh, auch in den Bereich fällt. Ich glaube, das war, ach Gott, ja, bei Amazon, haha, seht ihr, das war am Donnerstag, glaube ich. Dann geht das Amazon heute doch nicht. Da war ein Aktien-Split, 1 zu 20, glaube ich. Ähm, und jetzt kriegt man die Amazon, hat jeder, der eine Amazon-Aktie bekommen hat, hat jetzt 20. Und dementsprechend ist der Preis dann weiter runtergefallen. Nicht jetzt bei 109 Dollar und nicht mehr bei 2.100 oder 2.200 Dollar, wie vor dem Split. Ähm, nichtsdestotrotz, da muss ich derjenige begnügen, das ist mir jetzt gerade zu nervig, da muss ich erstmal gucken, dass ich einen Chart finde, dass ich auch den alten Wert mit drin habe, weil jetzt hat man einen komplett zerhackten Chart einfach nur. Ähm, das macht keinen Spaß. Da muss ich jetzt mal irgendwie gucken, wie ich das dann neu mache. So, ähm, was war das noch? Ach genau, Apple. Und dann gehen wir sofort. Ja, Apple eigentlich auch wieder relevant. Auch interessant, was da eigentlich los ist. Oh Gott, das ist alt. Ähm, und zwar sehen wir ja, dass Apple jetzt wieder genau in diesem Bereich, der beim ersten Mal gehalten hat, den sie hier unterschossen hatten, am 20. Mai. Und dann sind sie im Grunde genommen wieder in diese alte Zone reingelaufen. Hier, da wurde im Grunde genommen hier, war es Support und dann wurde es zu Widerstand. Also es ist wirklich normale Chart-Technik, dass wenn ein Widerstand, äh, wieder ein Support gebrochen wird und nochmal angelaufen wird, dass dann zumal hier auch Widerstand war, in dem Bereich, oder dann wieder zu Widerstand sozusagen. Ähm, ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder gucken, geht er durch diesen, also geht er erneut durch diesen Bereich hier durch, per Tagesschluss. Ähm, also ich rechne nach wie vor, dass wir mit diesem Bereich um 127 anlaufen könnten, eventuell sogar noch tiefer gehen könnten. Ähm, Apple macht zwar nach wie vor, verdienen die gutes Geld und sind ja auch ein Stückchen jetzt dann doch zurückgekommen. Aber ich denke mal, ein wenig im Tief, minus 27 Prozent. ähm, also streng genommen im Bärenmarkt selber, Apple auch, aber, ja, 120er-Bereiche, mal gucken, inwiefern wir perspektivisch das anlaufen können. Optimal jetzt für die Nächsten, optimal wäre halt tatsächlich, äh, der Bereich von diesem alten Ausbruchslevel um 80, 80, 82, 83 Dollar. Das wäre perspektivisch, aber dann auch, wenn sich jetzt wirklich die Rezession oder Stagulation in Amerika irgendwie, ähm, dann ausspielt im nächsten halben Jahr oder Jahr, auch aufgrund, äh, anhaltender Inflation wegen des Kriegs etc. und Lieferkettenproblematiken. Muss man einfach mal sehen. Aber 80 wäre auf jeden Fall in den Bereich übergeordnet, ähm, wo man anfangen kann, im Grunde genommen ab 100 Dollar roundabout anfangen, runter bis 80 bei Apple irgendwie, Positionen aufzubauen, ist mit Sicherheit nicht das Falscheste. So, äh, dann war noch dies, das, jenes. Ähm, ja, dementsprechend Nasdaq vielleicht dann abschließend, geht der da jetzt durch. Und wir sehen faktisch, oh mein, achten wir hier, glaube ich, einen Wochenchart, ähm, ja, ist dadurch, dass der so wichtig ist, dann sage ich tatsächlich, der Bereich um 10.800, ähm, ist ein, ist ein interessanter Bereich. Also der, zum einen der Bereich um 11.200, 11.250 und dann runter 10.800 Pi mal Daumen. Also irgendwo in diesem Bereich kann ich mir dann vorstellen, dass er hier in dieser Zone irgendwo einschlägt und da einen Retest macht. Das wäre auch unteres Band, das wäre, das ist das hier eh immer, immer 50 Woche, genau, äh, Monatschart. Das ist also eh immer 200 in der Woche. Also quasi mal 4 logischer, aber es sind ja geteilt durch 4, weil wir hier im Monatschart sind. Ähm, ja, hiervon darf man nicht träumen, das wäre oberkrass, würden sie diesen Bereich nochmal anlaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Einfalls, einfalls wirklich dieses alte Ausbruchslevel hier dann auch, das wäre im Grunde genommen, passig mit dem, mit diesem 80er Bereich von Apple, wäre dann irgendwie der Bereich um 9.000, 57, 9, 800 ungefähr, piem mal Daumen. Aber das ist alles erstmal nur Zukunftsmusik. So, jetzt gehen wir mal aktuell. Was war bei Kryptos überhaupt los am Wochenende? Ähm, in den letzten 24 Stunden, 350 Millionen an Liquidationen. Tatsächlich war es sogar noch bedeutend mehr, wenn man den Samstag dazu rechnet, da waren, also zwischenzeitlich hatte ich da eine Zahl stehen von über 500. Das ist dadurch, dass die auch so bescheuert rechnen, immer quasi die Rollieren automatisch immer die letzten 24 Stunden nehmen und nicht sagen, Samstag, Sonntag und festete Kalendertage nehmen, ist das immer relativ nervig, weil es sich dann permanent verschiebt. Ähm, man sieht dennoch, wo, was wurde liquidiert, tatsächlich jetzt in den letzten 4 Stunden wurden ordentlich Shorts liquidiert. Das ist das, was wir jetzt eigentlich aktuell auch sehen. Da gehen wir auch gleich genau drauf ein, dass wir überall mehr oder weniger einen Bullish und Galfing gesehen haben, auch in den höheren Zeiteinheiten. Und dann leiten wir auch mal gerade her, wo man das und wie man das denn hätte sehen können, dass vielleicht irgendwie eine Gegenbewegung ansteht. Ähm, wenn man jetzt aber insgesamt guckt, natürlich viel, viel letzten 24 Stunden, 218 Millionen waren Longs deliquidiert von 123 Shorts und die Shorts waren, ist jetzt nicht ein unerheblicher Teil von diesen letzten, was sind das, sechs Stunden oder was, sechs, sieben Stunden der Gegenbewegung oder noch ein bisschen mehr. Wo dann natürlich Leute dann meinten, unten noch shorten zu müssen oder ihre Shorts oder sich dann haben einfach ausstoppen lassen. Das darf man immer, ähm, Liquidations, das ist ja immer so eine Sache. Das bedeutet ja, es heißt ja einfach nur, die Shorts oder die Stop Losses wurden gefressen. Das heißt ja nicht immer, dass jemand zwangsläufig einen Margin Call oder irgendwas bekommen hat. Insofern, ähm, ja, wir sehen, dass hier tatsächlich eine Menge los war. Ähm, interessanterweise für den Hinterkopf Ethereum mehr als Bitcoin. Kommen wir auch gleich zu, ähm, äh, in der genauen Analyse. Dann lustig, eigentlich FLM, wollte ich gleich mal darauf eingehen. Die haben plus 100% gemacht. Da müssen massiv Shorts liquidiert worden sein. Äh, weshalb die da jetzt 10 Millionen haben. Und, äh, das ist irgendwie ein, scheinbar, gibt es jetzt schon ein Weilchen, es war mir durchgerutscht, ist ein Defi, äh, eine Defi-Plattform auf Neo. Neo ist eine Oldschool-Chain, quasi aus 2017, die China-Chain, die ich eigentlich immer gut fand, weil man gratis überweisen kann und auch Blitzüberweisungen, also wirklich eine hohe Datenrate haben. Aber, irgendwie in Vergessenheit geraten war. War damals in 2017 wirklich, ähm, auch ein Highflyer, der ordentlich performt hat. Ja, ansonsten, GMT-Steppen hat irgendwie die Biege nach unten irgendwie ein bisschen gemacht. Ja, Solana, auch gerade Trauerspiele. Man sieht es eigentlich überall, wo dollere Bewegungen waren. Auf Phantom auch ganz schlimm, mit neuem Jahrestief. Ähm, dass da was passiert ist. Und nichtsdestotrotz, man sieht, dennoch war es eigentlich eine ordentliche, also, quasi die Bewegungen waren sauber. Es war nicht so ein hektisches, sondern es war schon alles irgendwie sauber, sauber durchgezogen, will ich das mal nennen. Gucken wir dann ganz kurz, 4-Greed-Index bei 14 aktuell. Ähm, wieder ein bisschen gefallen, aber ergibt natürlich im Zuge der Bewegung aktuell auch Sinn, dass das der Fall ist. Äh, wo ist es hier? Gucken wir mal gerade, wie es, ähm, am klassischen Markt aussieht. Da, jetzt gibt er mir am Wochenende die Zahlen nicht, das ist ja super. Ähm, jedenfalls waren die auch etwas höher, schon wieder. Die waren so hier reingelaufen und sind, kommen jetzt auch gerade zurück. Also, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass sie zumindest morgen noch keinen Turnaround machen, sondern morgen nochmal womöglich die Tiefs zumindest anlaufen, oder die Bereiche der Tiefs von, äh, sozusagen von dem 20. Mai rum. Und da muss man halt sehen, dann, ob die halten. Aber es kann gut sein, dass die aufgrund der Inflationsproblematik und in der Vorerwartung, dass Mittwoch die FED dran ist mit der Zinserhöhung, dass sie dann hier eventuell nochmal diesen Extrem-Vier-Bereich reinbrechen. Man sieht es auch hier, Markenmomentum, ähm, das ist schon, interessant ist, dass die Leute tatsächlich schon wieder ein bisschen greedy geworden sind. insofern ist es, gibt es auch dahergehend Sinn, dass es ruhig aus nochmal, äh, einen draufgeben könnte. Ansonsten, Put-Call 4 ist sogar noch nicht im Extrem-Bereich. Volatilität ist jetzt auch wieder, zieht wieder an, ist wieder über den 50er Moving-Day-Average. Ansonsten, ähm, ähm, ja, also ist durchaus von, von klassischer Seite sozusagen, sollte man jetzt, Problem, ich hätte jetzt gesagt, Dienstag, Turnaround Dienstag, wegen Mittwoch der FED, kann es aber auch sein, dass der Dienstag dann so intraday heftig wird und volatil wird, aber sie dann in Vorerwartung von Mittwoch dann im Endeffekt gar nicht so viel höher oder tiefer schließen, weil sie einfach erstmal wieder abwarten. Ähm, so, was wollten wir denn hier noch, was wollte ich, wollten wir noch ganz kurz die Funding-Rates angucken, sind relativ eigentlich marginal, also, ihr seht es ja sogar teilweise, teilweise zahlen die, ähm, die Bären, die Bullen und weiß wer sagt, dementsprechend ist das von, von, von der Quote her noch gar nicht so schlimm eigentlich. Ist eigentlich alles noch so im Rahmen, also ist noch nicht extrem geworden. Ähm, wir gucken uns mal gerade das Open Interest an. Geht eigentlich wieder. Also ist, fällt, ist immer noch erhöht, aber es ist, ähm, fällt langsam, ist auch durchaus vorzustellen, dass das noch weiter abgebaut wird, ne? Also man muss auch mal wissen, dass es mitunter sein kann, dass, ich meine, ihr seht es ja hier, wie niedrig mal das war eigentlich das Open Interest und wie erhöht es dennoch ist, obwohl der Markt relativ schwach ist. Also das Open Interest, die Leute zocken schon viel auf, ähm, ja, gehebelte Wetten und gehebelte Wetten sind natürlich prädestiniert, dafür eingecrasht zu werden. Gerade wenn, wenn so viele kleine Anleger probieren, mit großen Hebeln unterwegs zu sein. So, dann gehen wir mal weiter und zwar der Reihe nach. Ja, Bitcoin 28,100. Da sollten wir, glaube ich, als erstes mal ganz kurz gucken, ähm, was auch durchaus interessant ist. Ich hatte das auch vorher angesprochen. Die Bitcoin Dominanz, ja, Ausbruch und als dann hier das Level flog, dann hat er, also man sieht schon, ne, das letzte Hoch vom Oktober 20, wurde, 21 wurde jetzt rausgenommen. Hier erst ist er abgeprallt und dann ging es weiter. Das heißt, wir laufen jetzt tatsächlich in diese grüne Zone hier rein. Ich müsste dir sogar rot sein. Aber das ist jetzt im Grunde die erste wichtige Widerstandszone um 48, 90, 49 Prozent. Insofern, ja, Bitcoin hat davon profitiert, dass, äh, viele als stärker abgegeben haben, logischerweise als er selbst. Ich meine, ähm, nicht wenige Altcoins haben neue Verlaufstiefs gemacht, unter anderem auch Ethereum, die Nummer zwei, weshalb wir da auch so eine heftige Anzahl an Liquidationen, wie ich vorhin meinte, auch gesehen haben, mit diesen 120 Millionen, ähm, die insgesamt auch noch einiges höher waren, wenn man jetzt mal die letzten zwei Tage zusammenrechnet. Ähm, als die 1700 aufgegeben war, da haben wir halt wirklich viele drauf gesetzt und dementsprechend, wenn die dann liquidiert werden, dann sorgen die natürlich zusätzlich dafür, dass Positionen aus dem Markt gespült werden, da fällt der Kurs dann weiter. Das ist immer der, der Domino-Effekt, der dann einsetzt. Ähm, ja, sprich, Marktdominant sagt jetzt aktuell, wir haben jetzt zumindest das letzte Hoch hier vom Juni 2021, in dem Bereich bewegen wir uns jetzt, soll sehen, ob er das jetzt nochmal retraced und wirklich den Test um, ja, ein halbes Prozent tiefer oder was nochmal macht und dann den nächsten Move macht oder doch hier vielleicht einen Top ausbildet erstmal und die Alts mal wieder ein bisschen zum Zuge kommen. Aber das im Grunde spielt eigentlich nur wieder, was wir gerade jetzt am Markt gesehen haben, quasi im Grunde von gestern auf heute, so diese Hauptbewegung. Ähm, dann gucken wir mal ganz kurz, wo haben wir jetzt eigentlich, das sind die Futures, wir haben jetzt aktuell, wir haben logischerweise das alte Gap und wir haben, wenn wir aktuell, haben wir bei 28, 29, mal ganz kurz gucken, ne, bei 29, 150 haben wir sogar geschlossen, nach plötzlich dann der letzte Kurs, 29, 150, jetzt stehen wir aktuell bei 28, ups, 28,000 und ein bisschen und dementsprechend, ja, was sind das, 5% Gap oder was, 1000 irgendwas Punkte, also sprich, wir werden dann dann ein neues Gap sehen, jetzt haben wir so gesehen dann, das kann ja jetzt einfach noch nicht einzeichnen, also wir fangen dann irgendwo im Pi mal Daumen in diesem Bereich um, also da würden wir mal sagen, wir sind bei 28,200, haben wir halt dieses Gap bis hier, das wäre irgendwo dann hier ein neues Gap, was einzuzeichnen wäre, quasi, so mehr oder mehr, ist dann hier, der neue Gap-Bereich wäre dann, es sei denn, sie spurten sich kurz vor Wochen Schluss natürlich und rennen da hoch, ne, es ist alles möglich, weil, ich meine, haben sie gut recovered gerade, das darf man nicht vergessen, also sprich, wir haben hier oben einen Gap, wir haben hier einen Gap und dann können wir mal ganz kurz gucken, wir haben nämlich noch weitere Gaps in diesem Bereich, wir haben hier zwar, wie gesagt, für mich war dieses Gap hier nie richtig zu, das heißt, bis 23,820, dann wäre es nur per Textbuch im Grunde genommen dann zu, und wir haben auch weiter unten irgendwo noch einen Gap, aber das ist im Grunde genommen der Bereich jetzt hier unten, der Bereich 23,800, 700, 800 unten und dann der Bereich halt in der Nähe mit 1,500 halt übergeordnet, der hier, das ist im Grunde genommen spannend, also ob sie jetzt, ob er zuerst probiert, zumindest das eine oben direkt zu schließen oder das oben vielleicht noch offen lässt und tatsächlich dann irgendwie jetzt über die Woche weiter runter tendiert, im Grunde genommen mit das Fettproblematik, und dann sich dieses Gaps da irgendwie annimmt, das muss man dann sehen, aber es ist in jedem Fall, das sind so jetzt die drei Bereiche, die sie potenziell mal anlaufen könnten. So, gehen wir direkt weiter zu Ethereum. So, Ethereum, Ethereum, was hat Ethereum gemacht? Ethereum hat, am besten nicht wieder mal, ich mache das jetzt mal so, ein Zwei-Tages-Chart, dann sieht man das besser. Ja, wer meine Analyse liest, weiß eigentlich genau das, was man jetzt hier sieht, also gestern war es noch kurz so, dass er in der Erstbewegung an dieser besagten 15,45, die ich so als Zwischenunterstützung auf dem Weg in diese graue Zone irgendwie gesehen hatte, abgeprallt ist zunächst, dann mit so einer, ja, was war denn das, Gegenbewegung von 3% ungefähr, Pi mal Daumen, und dann ging es aber dann Stunden später halt dann am späten Nachmittag dann durch, dann kämpfte er ein bisschen drum und dann kam, ja, heute Nacht dann der Abverkauf. Mit heute Morgen, äh, zwischenzeitlich für ihn um 17 Uhr nochmal den, äh, 16 Uhr nochmal den Retest. Dieses Bereich, ähm, in diesem Bereich da um 14,25, das Tagestief waren tatsächlich 14,26, also ein halbes Dollar über dieser Marke, weshalb tatsächlich auch mein Alarm nicht angesprungen ist. Irgendwann so, da sieht man auch immer, wie, da haben sie quasi Frontrun um einen Dollar. Äh, in jedem Falle sieht man, auch wenn man jetzt denkt, okay, das war jetzt Dollarabverkauf und so, wie genau das doch eigentlich passiert ist. Also im Grunde genommen, der Retest war überfällig, der Retest war auch wichtig, weil im Grunde genommen, dieser Bereich, ja, aus dem Januar 21, im Grunde genommen, das alte Ausbruchslevel darstellt, diese Zone hier, ähm, im Grunde genommen, wo es dann höher ging, die er dann auch auf Tagesschlussquote nicht mehr unterboten hat, bis er mit so Spikes da drunter, aber auf Tagesschlussbasis immer verteidigt hat und dann im Grunde genommen ging die wilde Rutsche nach oben weiter. Insofern, ähm, sehr wichtiger Bereich, der wurde wieder respektiert. Man sieht also, es ist jetzt kein blindes Panikabverkaufen, sondern es ist schon so, ich sag mal, mit Bedacht. Ja, bei Ethereum, Ethereum muss jetzt interessant auch wieder natürlich versuchen, genau das Tageshoch war, oh Wunder, oh Wunder, diese 1545 wieder, ähm, geht er da drüber und die Kerze sieht eigentlich jetzt auch erstmal ganz vernünftig aus, ähm, ist logischerweise dann 1700, dann, ähm, schwer, Hardcore, weil wir die mehrfach hier versucht haben, 1700, 1770, 70er Bereich, diese Zone hier unten, die wird dann schwer, ob wir die direkt irgendwie nehmen. Ähm, ein Verkaufssignal, nichtsdestotrotz, ähm, dadurch, dass wir jetzt hier aktuell probieren, zu reverseln, legt der dann hier einfach zu stark hinterher, das heißt, äh, da muss man eher in die kürzeren Zeiteinheiten gehen. Wir sehen jetzt auch, ähm, interessanterweise, wie man sowas dann auch immer erkennt, er hat hier in den, einfach mal im Stundenchart, äh, ein tiefgemachten Markantes, hier auch im RSI, bei 15, 16, und hat hier dann tiefere Tiefs gemacht, aber hier hat er höhere Tiefs gemacht. Das heißt jetzt nicht, man muss da blind rein, sondern man muss natürlich gucken, kommt dann da auch was? Kommt da optimalerweise auch Volumen rein? Also im Grunde genommen, sehe ich, gut, ich sehe natürlich, hier waren, da hier waren riesige Abverkäufe dazwischen, das waren halt, sind halt diese dicken roten Stundenkerzen, äh, die dann heute Nacht um 4 Uhr Nacht oder was, die waren schon ziemlich doll, aber man hat hier gesehen, ähm, die Gegenbewegungen hier, die dann heute Nachmittag um 16 Uhr einsetzte, ungefähr, die waren dann tatsächlich auch mit Volumen erstmal wieder, also sprich, da kam dann auch wirklich Käufe rein, muss man jetzt erstmal generell sehen, ähm, ähm, in jedem Falle das Volumen fällt weiter, also was wir eigentlich sehen wollen ist, dass wir jetzt mal diese riesigen Spikes, so außen vor gelaschen haben, im Grunde genommen, wenn man sieht, ist das hier halt fallendes Volumen, ne, fallendes Volumen ist, ähm, immer schwierig, wenn wir einen wirklich nachhaltigen Turnaround wollen, weil wir natürlich auch, äh, sehen wollen, dass wirklich gekauft wird, auf, und dementsprechend, ähm, sich ja, Leute wieder ein Stück weit wieder Mut fassen und in größeren Positionen und wieder reinkaufen und nicht immer nur vielleicht kurzfristig jetzt was mitnehmen und dann hier schon wieder, äh, super Stand, Trendstundenschalt plus 15,45, direkt hier Widerstand, dann schon wieder kalte Füße bekommen, ähm, ähm, nichtsdestotrotz, hat der, äh, sehr wohl, interessant, RSI im Wochenchart, extrem niedrig, 23, noch nicht ganz so tief wie im Dezember 16, aber tiefste Wert seit, ne, nicht ganz, aber er kommt bald in den Bereich vom Dezember 18, ist natürlich ganz interessant, dass er jetzt auch auf Wochenbasis langsam wirklich, äh, umkippt, nichtsdestotrotz, ihr seht es hier auch wieder, das hatte ich irgendwann mal eingezeichnet, das ist im Grunde genommen diese übergeordnete Handelsrange, da sieht man eigentlich auch die Relevanz von diesem Level wieder, ne, wenn wir das jetzt, wenn das jetzt kippt, wir haben jetzt wirklich halt dieses, dieses Level hier auf Tagesbasis angelaufen und verteidigt, das war wichtig, ähm, wenn wir das jetzt hier aufgeben sollten, auf Wochenbasis oder so, ähm, im Monat haben wir ja zum Glück noch ein paar Tage Zeit, aber auf Wochenbasis das aufgeben, dann wird es hier langsam haarig, ne, weil das ist im Grunde genommen wie eine, ja, eine Art Range, eine übergeordnete, oder eine Top-Bildungsformation, so, und wenn wir hier dann rausfallen, dann, ähm, kann es sehr wohl dann nochmal, könnte es nochmal hässlich werden, so, dann wäre mal, könnte man übergeordnet, wenn man diesen Bereich rechnet, hier anlegt, dann ist man irgendwo hier, das wäre dann der Bereich um 500, 600, 500, 550 Dollar, der dann übergeordnet im Raum stehen würde, dementsprechend muss man da wirklich mal genau gucken, aber aktuell, ähm, vielleicht noch abschließend, Ethereum, weil Ethereum wirklich gerade auch wichtig ist, stellvertretend für alle Altcoins, äh, der Monatschart, der ist tatsächlich hier im Monatschart, jetzt auf den, äh, Supertrend im Monatschart aufgeschlagen, auch nicht so ganz unwichtig, diese Marke, und dementsprechend, äh, ja, kam da jetzt schon viel zusammen, an Support in diesem Bereich, weshalb es nicht verwundern kann, dass, dass Ethereum im Bereich dieser 14, 25 oder was, äh, dann erstmal wieder, zumindest Support gefunden hat, und wieder hochgekommen ist, zumal wir, und das vielleicht jetzt noch ganz kurz, als allerletztes, wie gesagt, eine Divergenz hatten, und das ist jetzt auch auf Bitcoin bezogen, eigentlich mal interessant zu sehen, wie man bei Bitcoin das immer, hier seht ihr auch hier, ich hatte eigentlich mir hier einen Alarm gesetzt, da sieht man auch immer, ich hatte den 26, 8, 14, weil er genau, im 2-Stunden-Chart, und Stunden-Chart, ähm, hier diese Tiefs hatte, also quasi hier die Kerzenkörper aufgehört haben, da wollte ich, das war im Grunde genommen für mich das Retrace-Niveau, wo ich wusste, okay, hier haben sie auf Stunden-Chart verteidigt, die Bullen, dementsprechend ist das sehr wichtig, wurde wieder minimal gefrontrunnt, um, was sind das, 50 Dollar, äh, so kann es halt auch mal kommen, ähm, nichtsdestotrotz, wir sehen, und das sieht man jetzt in den größeren Zeiteinheiten nicht, man sieht halt, wichtig ist zum einen, in der größeren Zeiteinheit, also abgesehen vom Tagesschart, dass wir den Hammer im Grunde genommen gesehen haben, also das Kerzenformation, dass wir hier, ja, ein Bullish in Galfing haben, äh, sprich, diese letzte 4-Stunden-Kerze hier, wurde von dieser hier komplett, ja, aufgefressen, und, ähm, das indiziert zumindest mal, die Bullen sind am Leben, und da kommt, da kam dann wirklich was, und das war auch gewollt, so, und das waren nicht irgendwie die ersten Leute, die vorsichtig reingehen, gesprungen sind, ähm, jetzt müssen wir kurzfristig gucken, dass wir jetzt über dieser, bei Bitcoin am besten, über dieser 27.700, Pi mal Daumen, 660, 700 bleiben, wie wir hier auch sehen, dass, ähm, hier wichtig war, dementsprechend, ähm, gucken wir mal, ob wir diesen Bereich heute, jetzt zumindest per Wochenschluss halten können, optimalerweise wäre natürlich, über der 28.000, ein paar zerquetschen, dass wir im Grunde genommen, ja eigentlich oberhalb dieser Box, bei 28.100 oder so, die in der Woche aus dem Handel gehen, so, jetzt waren das glaube ich, genau, ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen, und zwar, konnte man auch mit dem ganz einfachen, das ist im Grunde genommen ganz einfache RSI, ähm, konnte man hier schon sehen, dass, diese Kerzen, und dann kamen diese Auswaschkerzen, das sind immer noch ein Fake-Out nach unten, also sprich, sie fallen durch, dann wird dieser Bereich, der, ja, Support war, wird dann kurzfristig hier zum Widerstand, und dann machen sie so eine Fake-Out-Kerze, man sieht aber hier wieder, ohne jetzt Hokus-Pokus, einfach im RSI, deutlich höheres, hoch, und hier ein deutlich, tieferes Tief, also hier ein höheres Tief, und da ein tieferes Tief, ähm, und das war im Grunde genommen, die Nummer Sicher-Karte gespielt, ist Rückeroberung, dieser 27.700er Bereich, oder so, und dann, ähm, erste Position aufbauen, beziehungsweise zumindest, ja, dann gegebenenfalls sogar in der kürzeren Zeiteinheit gucken, aber wobei auch dort, ist dieser 27.700er Bereich, wäre dann so, umgunaum der Entry-Trigger gewesen, wenn man das denn abwartet, aber auch hier sieht man es eigentlich, man hat hier zum einen Tief-Tief-Verlängerung, dann schlägt er im Grunde genommen, wie auf diese Unterkante von dieser Trendlinie ein, hat aber hier Tief, höheres Tief, höheres Tief, also sprich, das ist eigentlich von dem Stunden-Chart runter, bis zum, der kleinsten Zeiteinheit, mehr oder eher nicht ganz, aber bis zum 15-Minuten-Chart, also sprich Stunde, 30 Minuten, 15, und ich glaube sogar 10-Minuten-Chart auch, ähm, hat man diese Divergenz dann, die kam dann gleichzeitig, und, ähm, das im Zuge mit, Supertrend 1-Monats-Chart, das im Zuge mit, äh, dem Key-Support aus dem Tages-Chart, den wir gesehen hatten, ähm, das sind dann immer alles so eine Sachen, die, ein Stück weit dann, vieles zueinander führen, aber jetzt gehen wir mal, endlich zu, den, Alt-Coins, interessant, dieses Flamingo-Ding, das hatte ich mir dann nämlich direkt mal aufgerufen, als ich da vorhin geguckt hatte, was das überhaupt ist, weil mir das nichts sagte, und weil ich mich gewundert hatte, dass Neo auf einmal plus 11% auf 24 Stunden Basis, Fortcoin-Gecke gemacht hat, und dieses Flamingo-Ding hier irgendwie, Defi-Staking-Liquidity-Teil irgendwie 100% gemacht hat, da sieht man jetzt echt eine ganz interessante Gegenbewegung, was da passiert, ich war auch mal gerade auf dieser Seite hier, und hab mir die angeguckt, was hier so, wie viel so gehandelt wird, und was hier so passiert, und was die gerade so planen, und mir die Roadmap angeguckt, ganz interessant, aber irgendwie haben die, gibt's jetzt auch ein, äh, ein B-Neo, also die haben quasi jetzt auch einen zu, einen neuen Neo gebaut, um, ähm, ähnlich wie bei diesen ganzen, ähm, S-E-T-H, und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen E-T-H, Geschichten da irgendwie, ähm, ja, eine Art speziellen, äh, synthetischen Coin nochmal zu haben, ein Abbild. So, äh, dann wollten wir, geht's doch mal los, was wolltet ihr denn überhaupt haben? Ich guck mal schnell. So, Sil, ich fang mal mit Silica an, der erste war, Silica, der angefragt wurde, dementsprechend, äh, bin ich da, wo ich die, ja, bin ich. Ja, nach dem Pump, ist vor dem Pump, oder wie? so sieht das hier wohl gerade aus, äh, 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 ja, dazu kann man eigentlich, ne, also, ich sag mal, er steht, mitunter vielleicht, positive ist, er steht, höher als sein, Jahres-Tief, das können ja auch nicht alle von sich sagen, selbst Ethereum hat heute ein neues Jahres-Tief gemacht, ähm, ja, also, siehst eigentlich schon, Silica ist eindeutig vorerst, solange nichts anderes, äh, passiert ist, äh, dieser Bereich Support, so, der kommt ja auch, der war ja hier auch schon Support, da, also, Widerstand, und dann kam der Ausbruch, ohne, das ist ja auch dieses Dezember, manche waren ja ein bisschen früher dran, die waren dann ja so im Dezember 20 schon dran, andere sind ja erst Januar 21 dann ausgebrochen, das war ja so ein bisschen durch die Alz, quasi mit so einer Latenz von irgendwie zwei Monaten, ähm, sprich, er steht jetzt auch dann, wieder an seinem alten Ausbruchs-Level, äh, ja, geht es da drunter, gut, ist so viel drunter, dann kommt ja eigentlich hier schon direkt der Bereich um, ich mache aber gleich mal einen höheren, höhere Zeiteinheit an, dann sieht man das ja gar nicht, so, da sieht man übrigens Paradebeispiel, wie so man, äh, Wochencharts, oder größere Zeiteinheiten braucht, nicht nur, weil man sonst nichts erkennt, sondern auch, weil man dann auch abgleichen kann, wo im Grunde genommen auch die Wochen hoch sind, tief sind, ihr seht ja, wie schnell ich das gerade einmal, einmal hingemacht habe, und trotzdem hat es hier genau gepasst, dass die Level im Grunde genommen, ähm, hier dann Durchbruch, Retest, und dass es dann hier dann weiter geht, also sprich, das wäre der nächste Bereich zwischen, 6, 27 und 4, also nee, 2,7 und 2,4 Cent, so rum, und dann mit Sicherheit, äh, ja, als nächstes kommt der Bereich um, 1,5 Cent runter bis, 1,2, das ist dann so der nächste Bereich, also du kannst ja auch, mit Sicherheit, ist ja eigentlich mal ganz interessant, High to Low, komplette Strecke, was sagt, was sagt er da, ja, das hier wäre im Grunde genommen, oh Gott, das macht er dann schon wieder, dann wäre im Grunde genommen, also übergeordnet, Silica kaufen, wenn man jetzt, ist also, ne, immer, immer differenziert zwischen, was will ich jetzt gerade traden, für 10, 20, 30 Prozent, und was will ich kaufen, oder akkumulieren, für, wenn mal, wenn es dann doch nochmal, aufgrund von, ja, genannten Problematiken, was ist das Rezession, etc., pp angeht, wenn es dann nochmal runter geht, deftiger, weil wirklich, ähm, Liquidität aus dem Markt gezogen wird, weil die FED, so stark die Zinsen erhöht, dass es sich für die Leute, einfach nicht mehr lohnt, oder es zu teuer wird, sich Geld zu leihen, zu dem Zinssatz, und sie das Geld, dann lieber wieder zurückgeben, ähm, und, ähm, ja, ihr eigenes, ja, das eigene verfügbare Geld, im Grunde genommen, dezimieren in dem Moment, weil sie es dann nicht brauchen, was sich einfach, chancenrisikotechnisch nicht passt, dann ziehen sie das halt immer als erstes aus Höchst-Risiko-Assets raus, und dazu gehören nochmal Kryptos, ne, und insbesondere Altcoins, so, Silica, sprich, du siehst es eigentlich schon, wie gut das harmoniert, äh, Fibonaccis und, Zones of Interest nenne ich sie mal, so, du hast hier das Level 50er, das wäre dann, gerade wenn er jetzt das, das 38er ist das ja hier eigentlich, streng genommen, wenn er das jetzt aufgeben würde, und dann, äh, ja, diese 24, und aber übergeordnet wäre halt wirklich dieser Bereich, ne, Shootout wäre dann, der Extreme wäre dann wirklich dieser Bereich um, was sind das, 0,06, also 0,6 Cent, aber, ja, das ist so, das wäre im Grunde ein Worst Case, also jemand, der, jetzt sagen wir mal, Silica gut findet, ist glaube ich immer ein gutes Beispiel, und sagt, er macht Long Term Play, und er will in jede Sache drei Positionen reinmachen, oder vier Positionen meinetwegen, der kann sich überlegen, wenn er wirklich langfristiger spielen würde, und sich auch dementsprechend gut informiert hat, dass meinetwegen Silica der Coin seines Vertrauens in der Zukunft sein soll, oder das Pferd worauf er setzt, ähm, wäre, sagen wir mal, erste Position, zweite Position, dritte Position, und das sozusagen der, vielleicht die Notposition, dass wenn es wirklich Crash, Crash, Crash wäre, also wenn, keine Ahnung, die, die Inflation endgültig außer Kontrolle gerät, oder, äh, ja, irgendwie geopolitisch, nennen wir das einfach mal, noch mehr, äh, äh, Probleme auf uns zukommen, als ohnehin schon, auszuschließen, ist nie was in aktueller Zeit scheinbar, leider, und, äh, ja, da muss man dann einfach mal, gucken, was interessant ist, ist eigentlich bei, Silica, dass, äh, wo ich das jetzt hier so gerade sehe, dass dieser Pump, guckt euch mal das Volumen an, im Verhältnis zu hier, Wahnsinn, das ist ja, also jetzt sind wir wieder auf dem Niveau, ähm, diese Woche, ähm, wo quasi, man sieht auch das Sell-off-Niveau, könnte vielleicht aktuell ein bisschen abnehmen, weil wir sind jetzt wieder zurück auf dem normalen Kauf- und Verkaufs-Niveau, so aus dem, ja, November, also quasi den ganzen Sommer, und einen Großteil 2021, sagen wir mal so, und hier haben wir auf einmal so eine Mörderentwicklung gesehen, die jetzt gerade wieder abappt, das heißt, eventuell sind wir auch die große, die große Geschichte, eventuell erstmal durch, weshalb auch tendenziell so, ja, mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen Beruhigung kommt, zumindest wenn vom klassischen Markt jetzt kein Stress kommt, so, mal schnell weiter, VRA, ich gehe das jetzt mal schneller, boah, böse, ja, am besten bleiben wir mal direkt in den größeren Zeiteinheiten, dann gehen wir mal, ein bisschen mehr sehen, auf Ende, immer ein Fünf-Tages-Chart, so, ja, was macht man jetzt, wenn man, was ist hier los, ah, ja, hier war eindeutig, dann schauen wir mal, kein, hier vieler dann durch, ja, das ist, da sieht man immer, ne, man hat dann halt mal als gutes Beispiel, wenn man hätte jetzt hier sagt, man kauft in diesem Bereich, weil das das lokale Tief ist, muss man sich halt immer überlegen, wenn hier dann hängt, und wir sind fünf Tage, also sprich, das sind hier drei Wochen, äh, zwei Wochen, Pi mal Daumen, wenn er da dann halt nicht weiterkommt, und so orientierungslos dahin hängt, ist dann halt immer die Frage, es sei denn, man will sowieso in mehreren Schaden kaufen, um einen Plan zu investieren, notfalls, ähm, wenn man sieht, die Lage entspannt sich nicht, auch so am klassischen Finanzbahn und so, dass man notfalls diese Position auch mit kleinem Minus, das wären dann vielleicht mal 5, 7, 18 Prozent gewesen, die irgendwie zur Ader lässt, und, äh, gegebenenfalls, oder reduziert zumindest, um dann doch wieder auf andere Levels zu schielen, das wäre nun mal so eine Überlegung, ihr seht ja jetzt, zum Beispiel schon mal, wo ich meine Alarme habe, weil du jetzt fragst, deswegen VRA, mein Alarm, beim nächsten VRA Alarm, liegt bei, 0, 0, 0, 3, 4, ich ziehe den sogar ein bisschen hoch noch, auf 0, 0, 3, 5, fällt mir gerade auf, aber, der nächste Alarm ist dann hier bei 0,0018, also so plane ich, die habe ich scheinbar mal gemalt, sonst hätte ich mir die nicht gesetzt, wenn ich die hier mit Sicherheit, damit ich nicht gefrontrant werde, wenn er hier so ein Dip da drauf macht, dass ich das rechtzeitig mitkriege, weil das wäre natürlich das Optimalverhalten, hier klingelt es an der Tür, das wundert mich gerade, ich muss mal gerade, glaube ich, ganz kurz, mein Mikrofon ausmachen, wer klingelt denn hier, und ich weiß gar nicht, wie ich mein Mikrofon deaktiviere, das ist ja gar nicht so schlecht, egal, dann bleibe ich sitzen, dann machen wir weiter, ähm, ähm, so, ja, man sieht es hier eigentlich schon, 0,5er Bereich, also sprengt, sprich, er hängt jetzt am 0,5er Fibonacci, dieser übergeordneten Bewegung, ähm, gut, ich könnte das jetzt hier auch auf das absolute Tief ziehen, aber, ähm, ja, und wer klingelt hier, irgendwas scheint wichtig zu sein, jedenfalls denke ich, dass, ähm, ja, dieser eigentlich, also ich würde es tatsächlich von diesem Tief hier ziehen, und dementsprechend sehen wir auch, wieso er hier erstmal geprallt ist, und nächster Bereich runter wäre dann dementsprechend hier natürlich, ne, die 0,0028, ähm, also das wäre jetzt für Veracity, sollte er jetzt durch dieses Tief tatsächlich durchgehen, äh, da wäre das dann der nächste Bereich, wo er irgendwie hinfallen könnte, meiner Meinung nach, und dann, ja, letztes wäre natürlich dann, deswegen habe ich hier noch einen Alarm gesetzt, ähm, dieses alte Ausbruchsniveau vom Februar 2021, und sich, so, Metis dao, Metis dao, Gucken wir mal ganz kurz. Boah, der sieht natürlich übel aus. Weiß man gar nicht, wo man ansetzen soll, tatsächlich. Ja gut, der hat interessanterweise hier jetzt erstmal das Tief vom, was ist das, 12. Mai wahrscheinlich, wie bei allen. Bei ihm war es der 13. Mai, aber Mitte Mai halt da verteidigt. Aktuell geht es da jetzt durch, weil dann immer so die Frage, wo kann es vielleicht noch hingehen. Also Oberseite ist, denke ich, dann klar. Also kurzfristig logischerweise der Bereich hier. Übergeordnet der Bereich. So, das sind sicherlich die beiden Levels, die relevant sind auf der Unterseite. Um das mal gerade zu zeigen, wie man da jetzt noch ein Ziel ermitteln kann, geht man faktisch high to low, also quasi tief. Tief, falsch angelegt. So, tief und hoch. So, ziehen wir das mal ein bisschen auseinander, machen wir das mal. 4 Stunden Chart, damit man das, oder nee, 8 Stunden Chart. So, so kann man das schön erkennen. Wäre der Bereich für mich tatsächlich, sollte er jetzt durch dieses, also hier nicht wieder durchkommen. Also im Grunde genommen kann er das zurückerobern, dieses Tief. Dann könnte es so ein Washout gewesen sein nach unten. Retest von diesem Bereich, auch das sind die Stop-Losses, die die Leute mitunter hier halt gesetzt haben, wenn sie früh rein sind, gezogen haben. Und dann im Grunde genommen so ein Fake-Out und das dann jetzt erstmal wieder hoch geht. Drehen wir jetzt hier irgendwie in dem Bereich wieder um und fallen weiter gegen Süden. Ja, sehe ich übergeordnet, denke ich mal, der Bereich 13,80. Im Grunde genommen diese drei Levels würde ich dann faktisch sehen. 13, also um die 14, 11,50, 11,60 und 8,80 wären die Bereiche unten, die man dann anplanen müsste. In dem Sinne, wenn Bitcoin jetzt tatsächlich die Bewegung weitergeht, 20.000 oder niedriger machen sollte in den nächsten Wochen, Monaten, sagen wir mal grob. Aber kurzfristig, wie gesagt, muss er hier zurück, das zurückerobern. Und dann hast du ja im Grunde genommen schon so die Verlaufstiefs immer. Also quasi erstes Ding wäre dann dieser Bereich um 19 etwas, da das Hoch von Freitag geht es da drüber. Dann könnte er sich perspektivisch wieder in diesen Bereichen irgendwie entwickeln, in den Bereich um 21, 21, 21, 50, 22 vielleicht. So, das war jetzt erstmal so eine grobe Planung. Aber wie gesagt, unten, das wären dann die Bereiche, die ja so insbesondere der erste richtige, wichtige wäre dann dieser Bereich um 13,80. So, Wett war da noch, WeChain. Wett, Wett, Wett. Ja. Ja, ihr wisst ja, dass ich das letztens noch gezeigt hatte, dass wenn er, deswegen schreibe ich das immer dazu als Ausbruchstrader, ne. Wenn ich das so einzeichne, ist das mein Wunschszenario, wenn er diesen Bereich dann nicht nimmt, dann nimmt er den nicht. Dann ist da auch nichts mit Trade. Also das ist dann, wie gesagt, ne, das ist nicht einfach, oh, Eva hat gesagt, da kann man jetzt irgendwie longen, dann long ich jetzt hier rein. Ne, deswegen steht da immer, wir brauchen eine Stabilisierung. Optimalerweise Stabilisierung sogar über dieser Box, damit es dann wirklich weitergeht. Aber zumindest, das Mindeste ist immer tatsächlich mal Stabilisierung auf Tagesbasis oberhalb. Weil wir ja sehen, hier nicht drüber geschafft, hier abgebreit, hier war er wieder drüber, tagsüber Ende nicht, hier wieder nicht, hier wieder nicht. Und dann kamen genommen tiefere Hochs und dann ging es da schon gar nicht mehr durch. Und ja, VeChain, da müssen wir dann quasi mal auch am besten, nehmen wir mal die Woche, damit wir mal eine Vorstellung haben, wo wir eigentlich sind. Also VeChain ist generell, das ist immer interessant, sind schon in einem wirklich wichtigen Bereich, ne. Also grob ist das der Bereich, wenn man den ein bisschen weiter fasst, ist das dieser Bereich hier eigentlich, der wirklich wichtig ist. So, weil der nächste da drunter, würde VeChain das aufgeben. Gut, dann hat man natürlich hier diese lokalen Ausschlagstiefs, die hier so extrem waren. Aber prinzipiell ist das dann schon fast der Bereich. Dann bist du dann schon bei einem Cent, ne. Also, das ist so aktuell das, was, also VeChain muss eigentlich da dieser Bereich halten. Gut, du hast dann vielleicht noch irgendwo hier diese Verlaufshochs, da die kannst du vielleicht auch noch werten, so grob. Gut, dann ist es diese Zone hier. Zwischen einem Cent und 1,3 Cent irgendwie. Die ist dann relevant, sollte diese blaue Zone hier aufgegeben werden, ne. So, das sind ja, kannst du ja auch ausrechnen, 2,7, 1,3. Das sind nochmal 50 Prozent runter, hier runter sogar, weiß nicht, nochmal 55 Prozent runter. Das deckt sich dann quasi auch mit dem bei Bitcoin sozusagen. Sollte Bitcoin die 20 durchschlagen und auf, sagen wir mal, weil sie sich 16 fallen oder so, dann würde das auch von der Logik, dass Altcoins dann immer stärker fallen noch, würde das auch sehr wohl passen, sag ich mal, ne. So, ja, auf der Oberseite, wie gesagt, muss VeChain hier durchkommen erstmal. Wenn er, ja, durch diese 3,6 Cent durchgeht, dann haben wir, wie gesagt, übergeordnet erstmal Möglichkeiten zu dem alten Tief bei 3,9 und dann hier perspektivisch in diesen Bereich hier wieder oben rein. Aber das ist aktuell halt Zukunftsmusik. Da muss man jetzt erstmal gucken, wie sich vor allem die ganze Fettnummer, wie sich das alles verhält und die ganze Entwicklung da jetzt erstmal genauer beobachten. Fakt ist, wenn die weiter anziehen und relativ schnell auf 3 Prozent hiken, dann ist das alles so teuer, dann, ja, muss man gucken, wo das Geld herkommt, ne. Zumal wir ja auch aktuell jetzt sozusagen ein bisschen im Raum stehen, dass Michael Saylor dabei unter 21.000 möglicherweise einen Margin Call auf Teile seiner Absicherung bekommen könnte und dafür dann mitunter auch wieder Bitcoin verkaufen müsste. Und die Miner sind momentan halt auch noch am Verkaufen. Die sind noch, noch nicht. Die müssen quasi ihre Kosten aktuell decken und die wollen auch freiwillig nicht unbedingt verkaufen. Aber sie müssen halt auch dann ein Häkchen im Minus oder sozusagen, ja, Coins, die sie, BTC, die sie gar nicht so, 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 so viel billiger zu einem Zeitpunkt gemeint haben, müssen sie dann halt weghauen. Einfach nur, um die ganze Geschichte am Laufen zu halten. Man sieht jetzt auch irgendwie, der erste Miner ist irgendwie jetzt auch gerade pleite gegangen in den USA, in Tennessee, habe ich am Wochenende gelesen. Aber es kann sich auch sein, dass der Markt jetzt erstmal dann konsolidiert wird, dass die Schwachen wieder aus dem Markt gespült werden. Das sieht man auch am All-Time-High der Hashrate, dass momentan so viele Miner da sind. Mal gucken, wie lange die das noch halten und wann sich das dann konsolidiert und das dann auch wieder ein bisschen fällt, die Hashrate. Und das dann im Grunde genommen leider dann natürlich zunehmend zentralisiert wird, weil nur die Großen überleben, wie immer. Also positiv und dezentral ist das nicht, aber das ist halt wieder ein anderes Thema. Aber das sind im Grunde genommen so Faktoren, die jetzt relevant sind für perspektivisch, wann geht es weiter und wann und wie und überhaupt und wie stark. Und wo kann es unten noch hingehen. So, Mädels da, so, pipapo. So, Frage, wieso das so ist. Ach so, eine Frage wegen einer Kursrallye bei den Amis im Gen-Herbst. Ja, das ist A, so eine klassische Regel. Es hat damit was zu tun, dass die, nicht wenige Investoren, also über die Sommerferien tatsächlich schlicht und einfach nicht da sind. Also die Schalter und Walter an der Wall Street, wo die natürlich sowas wie Homeoffice kennen, auch aus ihrem Haus, auf dem Haus, auf dem Bahamas oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz ist da das Volumen generell geringer. Und ja, man erwartet im Grunde genommen, im Herbst kommen wir nochmal zurück, weil dann Weihnachten bald vor der Tür steht und das ist im Grunde genommen auch die ertragsreichsten Monate des Jahres. Das ist immer diese Herbst-Winterzeit im Grunde genommen und nicht der Sommer, weil schlicht und einfach in den Sommermonaten natürlich vermehrt Leute gar nicht da sind und deswegen auch, weil sie sich weniger irgendwas einkaufen, weniger Fernseher, Handys, Klamotten und da suchst du dir aus. Und ja, die Statistik besagt schlicht und einfach, dass ein Markt oder der klassische Markt insbesondere immer am stärksten ist in den sozusagen Monaten, was ist das, September bis Dezember und dann Januar tatsächlich auch nochmal, Januar, Februar, weil da dann im Grunde genommen die neuen Fondengelder, also nicht wenige im Grunde genommen, dann wird wieder durchgespült und viel neu investiert teilweise auch. Dementsprechend sind das eigentlich so die stärksten vier, fünf Monate im Jahr statistisch und ab Mai bis September ist dann eher eigentlich schwach. Es gibt natürlich immer Ausreißer und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist quasi so die Konsens, sagen wir mal grob. Deswegen ist das so. Ob das dieses Jahr wieder so sein wird, das hängt halt auch viel damit zusammen, ob sie jetzt mal die Zinsen irgendwann unter, die Inflation unter Kontrolle bekommen oder wie schlimm wird es die Wirtschaft dann im Endeffekt kurzfristig treffen, sodass die FED sagen muss, nee, wir müssen doch vorsichtig sein und können nicht so schnell erhöhen oder wir müssen doch mehr Geld im Markt lassen etc. pp. Und dieses Zusammenspiel aus allem wird dann halt auch immer entscheiden, wie investitionsfreudig diese Leute sind. Auch wie stark zum Beispiel der US-Dollar sein wird. Nochmal, wenn der US-Dollar sehr, sehr, sehr stark ist und weiter steigt und wir den gegen Bitcoin handeln, ist das halt nicht förderlich für Bitcoin, weil das gegen Paar nur mal US-Dollar ist. Man sieht auch dazu, und das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Indikator, wo ist es denn da? Die Treasuries, das sehen wir jetzt hier eigentlich auch beim Bund, Bund Future. Das ist ja quasi, sieht man jetzt auch den Abverkauf, der dann endlich einsetzt und jetzt sind es im Grunde am ersten C2 drin. Also das sind alles so, das ist alles nicht, indiziert keine Risikofreudigkeit am Markt. Das ist im Grunde genommen, ja, wir sehen es hier, die Zinsen steigen halt überall. Das ist im Grunde genommen das, was der Eurobund da gerade auch angezeigt hat, dass die Zinsen auf Bund Future aus der deutschen Staatsanleihen auch wieder am steigen sind. Nach Ewigkeiten des Gratisgeldes für Deutschland müssen wir jetzt halt auch wieder Geld bezahlen, weil wir halt auch viele Kredite aufgenommen haben und uns neu verschulden mussten aufgrund von Corona und Co. Und das hier ist jetzt die 10-jährigen Staatsanleihen in den USA. Da sieht man schon so quasi, hatte hier einen Hoch, hatte kurz einen Rücksetzer. Das war im Grunde genommen diese Kursrallye, als der Markt wieder rally, also quasi als Nassack und so, dann in ordentlich Gegenbewegung-Zeiten. Ja, und dann zu früh gefreut und im Grunde genommen kommt jetzt die nächste Gegenbewegung bei den Staatsanleihen. Entspannt wird es dann hier in dem Bereich um das Hoch vom Oktober 18. Da wird man dann halt sehen, wie gesagt, perspektivisch, das war mein erster Zielbereich. Da wird man mal sehen, wie schnell die dann da reinlaufen, ob sie da durchlaufen oder wirklich mal stärker korrigieren. Das sind quasi alles so kurzfristige oder mittelfristige Indikatoren für Bitcoin und Co., wie es weitergeht oder weitergehen könnte. So, jetzt haben wir, äh, 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 so, ist da noch etwas, move. Move, was ist denn move? Ach, dot moves, das ist dieses neue Ding da. Hilfe. Äh, äh, oh Gott. Jetzt gibst du mir hier einen ganz frischen neuen Chart. Das ist aber nicht nett von dir. So. Okay, stark angefangen, stark abgebaut, oder wie? Ja, momentan ist halt mit ICOs und diesen ganzen Sachen, oder beziehungsweise wenn die Leute in Presales waren oder so, die die wahrscheinlich dann für, weiß ich nicht was, 0,001, äh, oder so gekauft haben. Und dann kriegen die hier eher 0,05, ähm, dann wollen die hier alle nur noch schnell raus. Und dann wird momentan, wie bei so vielen guten Projekten, egal ob Metaverse oder jetzt diese teilweise, ich kann, das kann ich jetzt nicht bewerten, aber dieses Move-to-Earn-Geschichten, schwierig, schwierig. Das Marktumfeld macht es denen, macht es für diese kleinen Dinger nicht leicht. Gerade zumal es halt auch viel Konkurrenz gibt. So, wie würde ich den jetzt erstmal angucken? Jetzt nicht wundern, wieso ich hier dieses Euterm-High, das ist für mich immer kein Wert, den ich nehme als Referenz. Für mich ist es quasi immer das Wichtige, dass ich ein wirkliches Hoch sehe und nicht so ein komisches Hoch, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich, ob das von KuCoin gebaut wurde, oder ob das die Market Maker waren, um so Pseudomäßig Leute wieder in die Falle zu locken. Wir nehmen hier mal das Tief und wir nehmen das Nächste, wo wir in mehreren Kerzen gesehen haben, hier war ein Hoch. So, dementsprechend sehen wir auch hier sowieso, siehst du ja schon, hier war Support grob und dann wurde es eigentlich so zu Resist. So, hier ist Support, 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 dann ging er durch und dann war Resist, 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 Resist und dann abverkaufen, dann kam er gar nicht mehr hoch und dann wieder rein und wieder abverkaufen. Kurzfristig Support ist hier der erste Wichtige, sage ich. Nächster wäre dann, mehr kann ich dir da gerade gar nicht sagen, weißt du, am besten machst du dir dann ein Screenshot oder so. Also Max ziehe oben, wenn der hier durchkommt, wenn er nicht nur, deswegen ist es immer mit der Bestätigung, egal, wenn man in der jeweiligen Zeiteinheit, wo man guckt, sagen wir mal, dieses Ding muss man ja, kann ja nicht aus dem Tagesschart traden, da sind ja nur zwei Kerzen. ist das hier oder meinetwegen auch der 30-Minuten-Chart eine präferierte Art, das zu spielen. Und dementsprechend gilt es dann auch in dieser Zeiteinheit, eine Bestätigung darüber zu haben. Also nicht nur, der geht rein, ich fumo hier rein und bin dann, ja, bin der Doofe, sondern muss dann meine Bestätigung sehen. Genauso wie es jetzt hier ist mit den Supports. Also dass du quasi jetzt diesen Bereich grob und diesen Bereich hier eigentlich als Niveaus hast, die du auf der Long-Seite spielen könntest. So unterst, das wäre eigentlich dann dieser Bereich 0,11,3, bevor es dann wieder quasi, ja, verlaufstief oder Allzeit-Tief oder wie man auch immer das nennen will. Auf der Oberseite logischerweise diese Zone, wie immer, ist dann der Bereich to go. Und der erste sozusagen, beziehungsweise das müssen wir ein bisschen enger sogar fassen, Und dann hast du logischerweise, na klar, hier ist das 38er, da hast du diesen Bereich hier. Also siehst du dann schon, 0,016. Ja, und oben würde ich tatsächlich dann würde ich jetzt mal gerade was gucken. Nee, 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 nee. Ja doch, da gefällt mir eigentlich schon diese, wie gesagt, ich glaube viel mehr als diesen Bereich jetzt erstmal um diese 0,018. Was wären das? Also 30% top oben drauf. Mehr muss man mal sehen. So kurzfristig. Ja, dann langfristig oben kannst du dir natürlich die Ziele angucken. Wäre hier 1,065 und dann 0,20. Aber das ist ja nun Zukunftsmusik, weil so ein Coin, auch wenn ja noch so ein Hype oder irgendwas um den entstehen könnte, bei dem kritischen Marktumfeld aktuell, weiß ich nicht. Was man noch auf der Unterseite, wenn du ja auch gucken kannst, wo kannst du noch nach unten gehen? Wohin? Hast du im Grunde genommen jetzt relativ leicht, weil die gerade da so ein Hoch aus... Oh ey, was ist hier los? So. Dann wären im Grunde genommen dieser Bereich und das wären im Grunde genommen die nächsten beiden Levels dann grob, wo es hingehen könnte, wenn er nochmal tiefer geht und dann diese 0,00680 wäre dann so übergeordnet, übergeordnet. Also das ist ja immer quasi, dass du weißt, also 50% runter im Grunde genommen, was sich natürlich deckt mit dem bärischen Szenario für Bitcoin und Kryptomarkt insgesamt. So. Das ist ja quasi, damit man auch immer jetzt mal die Max-Ziele unten vielleicht im Kopf haben hat, wo es denn dann hingeht, so überschlagen grob, wo es dann Level, auch gerade in einem Uncharted-Territory sozusagen, weil wir hier ja keine Kurse haben, was könnte möglicherweise ein Bereich sein, wo er denn dann hinwegknickt, sollte Bitcoin das Bären-Spiel machen. Ich glaube, das waren jetzt alle, ja, das waren jetzt alle. Und dahingehend, dann sind wir ja hier, glaube ich, ach nee, wir haben noch ein paar Coins, aber nur, ich will dann auch mal, so, Matic, 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 hatte ich Matic hier, ja, so, Matic, oh Gott, war das ein logarithmierter, ne, ja, so, Matic, tatsächlich interessant, genau auf dieses Tief von, was ist das, ne, drei Tage schon, das war auch der 12. Mai, oder was, ja, aufgeschlagen, das war ja auch genau hier, dieser Bereich hier, der relevant war, geht es da durch, durch die 50 Cent, kann man mit Sicherheit, den Bereich um, weiß nicht, 42, also 20, ja, knapp 20 Cent runter, dann, und übergeordnet, der erste richtige, wichtige Bereich ist für mich hier, Widerstand, und dann hier, und dann Spachtel, also, das ist definitiv die Zone to watch, um 30 Cent, bisschen drüber, 30, 33 Cent, ja, ich habe noch irgendwelche alten Sachen drin, muss man mal gucken, wo kommt Matic eigentlich her, machen wir mal, machen wir einen Chart so, hast halt bei Matic eigentlich auch, ja, streng genommen ist es so, dass das, dieser Bereich, aber das ist jetzt noch viel zu extrem, also da wird er nicht mehr hinfallen, es sei denn, diese Layer 2 Lösungen werden jetzt aus irgendeinem Grund, auf einmal komplett obsolet, aber wenn ich sehe, dass USDT, und verschiedene Venture Capitals, und so, gerade wieder bei Matic, und so, durchaus Geld investieren, oder umgenommen dort Potenzial sehen, sonst würde USDT sich jetzt nicht auch auf Matic noch ausbreiten wollen, ein bisschen Business Plan haben die ja auch, insofern stelle ich mir das jetzt mal nicht vor, also insofern übergeordnet ist erstmal der Bereich hier, wenn man jetzt mal unter der Prämisse, man würde jetzt einfach mal High to Low machen, das finde ich ja immer ganz spannend, oder zumindest das letzte Verlaufstief nehmen, dann deckt sich nämlich zum Beispiel das 38er, das wäre dann genau 10 Cent, das ist dann auch auf 75% runter, wäre tatsächlich hier, das ist eigentlich ganz spannend, weil das hier auf Wochenschluss, dann auf Wochenschluss, und dann Retest, also sprich, der Bereich 10 Cent, das ist wieder das Golden Pocket, der kommt der im Grunde am letzten Bewegung, wäre dann genau bei 10 Cent, und tatsächlich ist 23er auch diese genau an der Ausbruchskante, von der alten Akkumulationsphase, insofern das sind so die Max-Ziele für unten, also im Grunde am 30, 20, 10, 30, 20, 10, 5, das wäre im Grunde am, wenn man diese vier, sagen würde, man würde jetzt vier Positionen auf Matic aufbauen wollen, weil man denkt, es korrigiert noch weiter, aber man hält was von Matic, dann könnte man im Grunde am so planen, grob mal eine Position dann zu eröffnen. So, was haben wir hier noch, der feine Herr wollte noch Ada haben, ja, Ada finde ich gerade tatsächlich voll doof, muss man so zu sagen, wobei er sich eigentlich ganz gut hält, ja, nicht geschafft, wieder rein, nicht wieder nicht geschafft, immer 50-Tages-Chat, einmal gehalten, zweimal gehalten, hier diese alte Zone, kennt ihr ja von letzter Woche, hatte ich ja eingezeichnet gehabt, und erklärt, dass wir da drüber müssen, war heute auch bisher nicht passiert, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier im Grunde genommen, das war so das erste Intraday-Bereich, so ein bisschen um 50 Cent grob, scheint erstmal zu halten, übergeordnet, weiterhin wichtig für mich, dieser Bereich um 48, 48,5 Cent, da will ich nicht mehr drunter sehen, so schwer, spätestens auch um dieses höhere Tief-Geschichte zu wahren, plus hier super Trend im Tagesschart jetzt, und Ada ist eigentlich von den ganzen Layer 1 der Ökosystemen, dann doch mit am stabilsten aktuell, muss man sagen, wenn man sieht, dass die kein tieferes Tief bei weitem nicht gemacht haben, und Ethereum, Avalanche und Co. dann doch eine Ecke runtergelaufen sind noch, ja, da sieht man dann auch direkt, wie bei Solana zum Beispiel, die haben sich tatsächlich auf Tagesbasis, jetzt da quasi an meiner Zone, an meiner alten, haben sie erstmal verteidigt jetzt, aber muss man sehen, ob der nicht wirklich, Solana wäre auch so ein Ding, geht es noch weiter runter, 26,18, und dann wird es hier schon langsam spannend, dann kann man schon bei Solana, vermutlich dann planen, mit dem Bereich 13, und altes Ausbruchslevel ist, 5, 4, 4,50, das glaube ich allerdings dann auch nicht, aber man, realistische Zahl wären dann vielleicht irgendwie 13, und vor allem dieser Bereich irgendwie um 19, bis 21, 22, das wären dann zum Beispiel für Solana Bereiche, wo man sagen könnte, jetzt kann man ernsthaft überlegen, auch wenn man die Kuh dann vielleicht zwei Jahre erstmal liegen lässt, aber das werden keine schlechten Kaufbereiche mittel- und langfristig sein, meiner Meinung nach. So, was wollten wir noch, der wollte noch GRT haben, schade, aber so ist das, eingezeichnet hier, dieses 0,17,5 muss weg, 0,17,6, nicht geschafft, Abverkauf, jetzt muss man halt mal sehen, weil wir tatsächlich jetzt hier, diese Kerze werte ich halt nicht, dazu müsste ich mal gucken, also kriege ich das wieder nicht, ob ich das genauer sehen kann, das ist die erste Kerze, ne, da seht ihr selber hier, unglaublich schwer, da was rauszuziehen, die Informationen, ich gehe nach wie vor davon aus, dass, wir können ja mal, das umlegen, also quasi, oben kennen wir, muss weiterhin unverändert, dieser Bereich weg, um so was zu produzieren, relevant ist, wenn wir jetzt das mal andersrum anlegen, und sagen, wir legen das so an, wo wir dann die nächsten Level sehen, 161er bei 8 Cent, also 10 Cent, 8 Cent, 5 Cent, das sind so die drei Bereiche für, The Graph, ob der jetzt da noch auf 2,5 Cent drückt, das wäre so, worst case, die drei Level, wie gesagt, immer wäre das Ding einfach mal im Hinterkopf, oder gerade screenshotten, oder ihr könnt euch die Videos ja nochmal angucken, dann später, aber das wären jetzt für mich erstmal so die drei Levels übergeordnet, insbesondere der Bereich da um 8 Cent, finde ich dann doch irgendwie ganz interessant, denke ich, als nächstes Level, so, gerade mit dem Potenzial, was in dem Produkt zumindest zu sein scheint, sage ich mal, aber wir sehen es ja selber bei, das baue ich jetzt noch einmal kurz selber für mich ein, wir hatten es ja bei Link gesehen, dass, ihr hattet den Chart ja gesehen, und ich hatte es ja auch so gechartet, ich bin ja eigentlich auch ein Link-Fan, er hat jetzt tatsächlich, um auch auf die Genauigkeit mal hinzukommen, dieses Level stand auch in der letzten Analyse, dass ich gesagt habe, da darf er jetzt nicht drunter, das ist der Bereich um 6,50, die ist ja jetzt genau angelaufen, um 3 Cent oder 4 Cent drunter, und ist da jetzt erstmal gedreht, wie gesagt, dadurch, dass jetzt da das Staking implementiert wird und Chaining wirklich was liefert und auch eine Echtwelt-Anbindung hat und so, und gerade wenn die jetzt da mit diesem, das hinbekommen mit dem ganzen Staking und das auch wirklich angenommen wird, gerade von den Validatoren, dann dürfte auch mal der Verkaufsdruck dieser Ständiger irgendwie mal abnehmen, weil ich finde Chaining echt gnadenlos unterbewertet, wie gesagt, man sollte nicht alles auf ein Pferd packen, aber ich kann mir einfach nicht beim besten vorstellen, dass das Chaining nicht was wird, so, wenn man diese Data-Oracle-Funktion, zumal die auch Sinn macht mit Blockchain, in Kombination mit einer Blockchain, so, was hatten wir noch, also, wie gesagt, Link, ja, Link wären unten, das steht aber auch in meiner Analyse drin, wäre diese 5-Dollar-Bereich, sollte er die aufgeben, das ist im Grunde dieses alte Ausbruchslevel, hier vom März 20, im Grunde genommen, hier war der Abverkauf und dann ging es hier raus im Juli 20, das war im Grunde genommen so dieses alte Tief, ja, geht er da durch, Bereich um 3, 2,95, unter der 5 und dann, last but not least, irgendwie Bereich um 1,70, das wäre dann so der Premium-Shop, sollte man den bekommen, aber dann will man auch, dann wäre der letzte, der restliche Markt wahrscheinlich auch komplett weggebombt, insofern, ja, und Link oben erstmal übergeordnet, natürlich maximal dieser Bereich um 18, irgendwie, weil hier halt die hoch sind, aus dem Jahr, die muss halt, das muss er erstmal rausnehmen, diesen Bereich, zumal hier wieder, Support, und dann wurde es hier dann zu Widerstand, und dann kommt die Abwärtstrendlinie und 61er hier, also das ist der Bereich übergeordnet, also sprich ein knappes mal 3, unter der Prämisse, dass er mal diese, hier dann höheres hoch produziert und dann wirklich hier weiterläuft, gen 12 und dann 15 und 18. So, ähm, Render, Render, ups, das ist aber der falsche, ach ne ja, das ist natürlich der falsche, da, so, spannend, oh, alter Chart, Linie jetzt schon mal angemalt, aber wir, was wir sehen ist, ja, wurde ziemlich genau respektiert, ne, ähm, ja, was halt immer schwierig ist, das war hier auch zu sehen, deswegen vielleicht auch immer mal noch eine kurze Exkursion in das Volumen, ähm, man kann sich natürlich anzeigen lassen, wo sind Volumen, das seht ihr ja manchmal bei mir, bei Bitcoin-Analysen, dass ich rechts im Grunde genommen, also quasi sehe, wo sind Kurs, also wo sind Zonen, die häufig in der Vergangenheit gespielt wurden, das ist im Grunde genommen das Volumen über Zeit, und dann hast du, ähm, hier das Volumen, was im Grunde genommen in den jeweiligen Tagen, oder beziehungsweise in der jeweiligen Kerzeneinheit dann produziert wurde, und wir sehen halt hier, dass wir ja hier diesen Abverkauf hatten, und dann fiel, dann stiegen wir hier zwar, aber hier fiel das Volumen schon wieder, und hier fallen wir hier schon wieder ab, das ist, ähm, ihr seht es mal so, ja, das ist im Grunde genommen ein volumengetriebener Kauf, also quasi, das ist im Grunde genommen, ich will nicht jetzt sagen Bullenmarkt, aber das ist, das ist im Grunde genommen ein Trend, das ist ein vernünftiger Aufwärtstrend, der Volumen unterstützt ist, so, und den lassen wir jetzt gerade vermissen, ähm, jetzt noch ganz kurz zu, machen wir das mal tatsächlich, stellen wir das mal um, äh, auch mal schnell rein, ha, okay, hab mir schon gedacht, okay, der letzte, der letzte Greifarm über die Fibonacci ist tatsächlich die 011.8, ähm, die hat er jetzt dann auch angelaufen und vorerst verteidigt, ähm, nichtsdestotrotz, Render, so traurig es ist, ehrlich, was ich auch nicht verstehe, ähm, weil die auch ein Produkt haben, was genutzt wird, und der Token wird, genutzt für die Bezahlung im Ökosystem, weil der hat auch eine Verwendung, wie dem auch sei, ähm, geht es hier durch, durch diesen Bereich um 50 Cent, 49,50 Cent, ähm, ja, ist der nächste Bereich, dann 43,5, und dann der nächste Bereich, und ein paar zerquetschte, und dann eigentlich schon das All-Time-Low, so, wenn man jetzt mal kurz sagt, dass man, äh, Fibonacci's nimmt, from Low to Zwischen-High, sehen wir auch, dass das 161er genau bei diesen 43 Cent ist, also 43,43,5, ähm, dementsprechend finde ich den schon sehr sexy, so, der nächste wäre dann tatsächlich am Eutern-Low, das 200er für Energy Extension, ähm, ähm, ja, worst case, wenn jetzt alles bricht, aber das wären dann halt 25 Cent, übrigens war der ICO-Preis, glaube ich, damals, ich glaube, 10 Cent, pro Stück, meine ich, habe ich die damals bekommen, 5 Cent oder 10 Cent, aber nee, ich glaube, es waren 10 Cent, sprich, da würden wir dann hier schon mit dem 63er langsam, dann auch wieder hinkommen, aber, nee, ähm, wir sehen hier, zum einen war hier das 138er, dieser Trendbewegung, ähm, geht es hier wirklich drunter, und wir kriegen jetzt keinen Reversal, momentan sieht es ja gar nicht so schlecht aus, was er hier macht, ähm, wäre dann diese 43,5, also bei 43,5 aufgrund von hier, 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 plus das 161er, wäre das auf jeden Fall, in Häkchen eine Charge wert, oder auch für den, der es traden will, ähm, Alarm drauf gesetzt, und, ähm, hier den Praller traden im Grunde genommen, wie weit es dann trägt, muss man halt sehen, aber, ähm, wenn man sozusagen so eine, so eine, ja, Gegenbewegung von, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Prozent oder so, dann direkt mal an so ein tiefes mit traden will, vielleicht ein paar mehr, ähm, sind, sind das auf jeden Fall hier Marken, die auch für, ja, übergeordnete Investoren, wie auch Kurzfristanleger, immer relevant sind, so, Link, Render, ADA, Matic, äh, Ach Gott, jetzt kommen noch ganz Verrückte, äh, wir noch Everdome haben, oh, Autsch, 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 was hier, da, ja, habe ich mir gedacht, 161er ist jetzt erreicht, äh, ja, geht's da weiter runter, ich weiß nicht, aber ein paar von Leuten sind teilweise von euch auch in Everdome drin, mitunter, könnten sein, ähm, ich habe davon tatsächlich auch noch ein paar, ähm, die dann halt mal ein paar Jahre gehalten werden müssen, wie das manchmal so ist, wenn man Early-Invests macht. Naja, geht es durch diese 0,0094, dann haben wir die 70 und dann im Endeffekt die 43. Die 43 kann ich mir durchaus vorstellen, unter der Prämisse, dass wir, wie gesagt, der Gesamtmarkt irgendwie noch weiter auf die Fresse kriegen sollte. Ansonsten, ja, erste Abrisskante ist mit Sicherheit jetzt dieser Bereich um 15, also 1,5 Cent und solange der da hier nicht drüber geht und insbesondere auch diesen Bereich um 19 Cent wieder zurückflippt nach oben, wird es schwierig. So, das sind jetzt die Marken, die oben erstmal relevant sind. Dieser Bereich um 19 Cent und davor dieser Bereich um 15 Cent. Das sind beides Bereiche, wo er irgendwie drüber muss, damit man überhaupt mal wieder an diese oberen Widerstandszonen hier denken kann bei 5 Cent und Co. So, was sagt denn das Volumen? Ja, Volumen, auch weil du fragtest, ja, Volumen nicht dolle, ne? Das heißt, solange man hier keine wirkliche Gegenbewegung, man sieht, dass hier auch wieder was reinkommt, schwächelt das Volumen. Ja, einfach nur sehr wohl. Wollte noch jemand Meta-Hero haben? Meta-Hero, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, das, ja, das ist schön, ist wirklich anders. Hart verprügelt. Ja, bei Meta-Hero muss der, echt nicht so leicht zu sagen, also übergeordnet logischerweise ist diese Zone hier wichtig. Erste, klar, das Verlaufstief, wo er jetzt drunter geklatscht ist, bei 1,2 Cent und dann darüber dann insbesondere halt dieser Bereich hier ungefähr, ne? Und wirklich freier wird es dann wirklich erst, wenn er diese, ja, 1,8 Cent irgendwie, 1,8, 1,9 Cent überwinden sollte. Dann kann man eventuell potenziell hier wieder höher denken, aber daran mag ich gerade gar nicht, gesagt, gar nicht denken. Ja, maximales Ziel übergeordnet, wenn wir mal wieder bullisch werden, wäre natürlich dieser Bereich um 6 Cent, aber kleine Brötchen backen aktuell. Das heißt, wenn man hier diese, ja, 16, 1,6 Cent wieder erreicht von dem Level aktuell, wäre das schon mal ein erstes Lebenszeichen zumindest. Aber man sieht ja hier auch, Volumen stirbt, ne? Ist nicht schön. Ohne Volumen wird es immer schwer. So, ich glaube, das war's. Ach, ne, einen habe ich noch. Es sei denn, ihr habt auch noch einen. Dann kann ich noch einen sagen. Oh, Hilfe. Den hatte ich aber ganz, ganz unsauber gemalt hier. Habe ich den da bloß gemacht? Ach so, ja, nach oben wie nach unten, genau. Deswegen hatte ich die angemalt. Schon etwas durch den Wind. So, ähm, was hat er gemacht? Gut, da hatte ich tatsächlich ein bisschen zu niedrig angesetzt, aber das ist der Bereich, das wusstest du aber eigentlich auch, ne? Ich mache das nicht mal. Die Analyse ist für jemanden, der mich, der da ein bisschen was investiert hatte. Deswegen hatte der dezidiert gefragt. Ähm, und da was plant. Ähm, ja, die grüne Zone hat er jetzt erstmal retestet. Ja, Volumen weißt du selber. Ich will auch gar nicht wissen, wo das Tagesvolumen schon wieder steht. Wahrscheinlich wieder sowas wie 500.000. Das müsst ihr dazu wissen. Jetzt mal ein gutes Beispiel. Ähm, dieser Coin hat auf KuCoin ein Tagesvolumen von einer halben Million in den letzten Tagen im Durchschnitt gehabt. So, und jetzt, äh, jetzt ist es so, dass der Coin hier, oh, 1,21 Millionen. Scheinmal ist, ah, okay, wahrscheinlich ist durch die stärkeren Bewegungen da jetzt ein bisschen mehr reinkommen. Aber im Schnitt hatte der wirklich, selbst eine Million, war für mich immer so die Untergrenze. Also, wenn man bei 500.000, man überlegt, man investiert jetzt nicht nur 100 Euro, sondern ein bisschen mehr vielleicht. Dann fängt man selber an, auf einmal das Orderbuch zu bewegen, weil das so illiquide ist. Also, sprich, beim Verkauf drückt man selber den Preis und beim Kauf schiebt man selber den Preis hoch. Das ist immer etwas suboptimal, weshalb man bei sowas immer genauer aufpassen muss, bei so kleinen Shitcoins, die teilweise so wie hier dieses Wild, das ist Wilder World, 286.000 Umsatz in den letzten 24 Stunden. Also, am heutigen Tag eher gesagt. Das ist halt nichts. Hier XMR, Monero auf Binance, angeblich 79, das können wir ja nicht vorstellen. Aber, das ist ein Fehler sein, aber hier 350.000 XVS. Deswegen, also, man sieht dann teilweise, wie gering doch die Umsätze mitunter sind. Das ist dann immer gar nicht so cool, sag ich mal. Ja, Unterkante logischerweise 23 Cent. Und dann ist eigentlich für mich dieser Bereich hier schon wieder. Also, Optima wäre ja im Grunde genommen ein Retest für 20 Cent, wenn du noch dazu kaufen willst oder wie auch immer. Ja, Unterseite sollten wir auf die Fresse bekommen. Sozusagen. Und dieser 20er Bereich hält nicht. Und er geht in Richtung tief vom 12. Mai oder was. Dann, ja, hier, ne, 12 und 10 Cent. Und so, das sind im Grunde genommen die Bereiche, die ich dann da planen würde. Im Grunde genommen, das sind die Bereiche, die der anlaufen dürfte, kommt das bärische Spiel irgendwie oder setzt sich durch. So, ich glaube, in diesem Sinne, ich glaube, das war jetzt auch alles und ich kann noch nicht mehr. Token, Pipapo. EGLD. EGLD. Okay, EGLD noch kurz. Ja, der war ja auch böse verhauen worden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht mehr verfolgt. Ich sehe nur, er hat genau das Tief getestet. Als hätte ich das da hingemalt vorher, ne. Ne. Die Linie war bei mir schon drinnen. Die hat tatsächlich heute Nacht auch geballert. Jetzt fällt es mir gerade auf. Ich müsste nur durch meine Alarme mal durchgucken. Da weiß ich, dass der heute Nacht geballert hat. EGLD. Wow. EGLD hat irgendwo, hat irgendwo einen Alarm gegeben. Koti. Link. Ja. In jedem Fall, ja, das war jetzt im Grunde genommen dieser 42er-Bereich, das Key-Level, wo er das jetzt hier aufgegeben hat. Du siehst aber auch, dass das Tageshoch war ja im Grunde genommen genau an dieser Abrisskante hier. Ja, solange er die nicht wieder nimmt, ist nicht schön. Dann kann man jetzt auch mal direkt gucken, eigentlich übergeordnet, was der sagt. High to low, muss man ja leider. Ja, dann bist du in dem Bereich Golden Pocket ist dann tatsächlich genau hier. Das ergibt auch durchaus Sinn. sozusagen auch vom restlichen, was ich hier so sehe. Ja, und drunter wird es dann halt, worst case wäre dann vermutlich dieser Bereich um 20 bis 18. Also quasi das alte hoch hier grob so und dann halt etwas höher hier. Also inzwischen, ja. Der Bereich um 20, sag ich mal. Es ist eh vermessen, A, zu denken, dass man das tief trifft und B, dass man dann genau in der Sekunde dann da ist und alles. Aber um die Bereiche zu haben, ist es enorm wichtig, dass man hier weiß, zwischen 21 und 19, 18 irgendwie. Das wäre übergeordnet, wenn wir diesen Bereich um 33, 34 reißen sollten. Ich sehe jetzt tatsächlich nicht, dass die jetzt irgendwie, worst case wäre natürlich wie immer, dann drunter 10 und 7. Aber das glaube ich jetzt mal gerade nicht. In diesem Sinne war es das jetzt, glaube ich. Ihr hattet alles erfragt und ich kann auch nicht mehr. Dann in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir gucken jetzt, wie gesagt, abschließend vielleicht noch Mara wichtig. Hatte am Freitag am Ende sogar eine minimale Gegenbewegung. Aber das jetzt im Grunde genommen diese Zone 6,90 runter nun. Und diese Zone wird jetzt relevant auch für den Miner, weil dann sind die wirklich dolle, dolle, dolle verhauen worden mittlerweile. Da muss da eigentlich mal was kommen. Und zumal es auch das alte Ausbruchslevel von damals ist. Das ergibt eigentlich nur Sinn dann. Und wie gesagt, Bitcoin optimalerweise wäre dieser 28.000er Bereich ein 28.100, 200, wenn wir die jetzt EOD und also End of Day und End of Week, also sprich heute Nacht, dann irgendwie hätten. Die Gaps hatten wir besprochen. Immer schön auf die Bitcoin-Dominanz schauen. Wie gesagt, solange die am Drücker ist, wird es für die alles schwer. Muss man immer sehen. Und dann perspektivisch, ja, die wichtigen Levels kennt ihr, auch aus den schriftlichen Analysen. Die muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal anführen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ihr wisst ja selber, hier war, das sind für mich die Bereiche. Jetzt sind wir wieder in dieser grünen drinne. Und wir gehen mal unter 26.170. Es ist definitiv Retest von diesem 25.400er Bereich. Und dann kommt für mich drunter 23.800 Bereich 22.000, 19.000 und dann geht es weiter.